so liebe freunde wie versprochen das rennen ist vorbei im bahrain und ich werde euch mein setup zeigen so wie jetzt nach jedem rennen ja eigentlich war ich mit dem setup sehr zufrieden wobei ich kurzfristig vor dem rennen noch mal umgestellt habe weil ich noch ein paar tipps gekriegt habe von einem sehr guten fahrer bei uns aus dem fahrerfeld und ja mit dem setup bin ich dann auch gefahren war sehr zufrieden in quali und training mit aber leider hat es mir auch noch im rennen die ersten zwei runden wie man gesehen hat ich werde euch das video noch mal verlinken das könnt ihr euch angucken guten start gehabt zum ersten gut zwei runden hat mich rausgetreten und denn mein heckflügel hat eine beschädigung kommen und dadurch ist das rennen für mich gelaufen und hatte nicht mehr die performance kein vertrauen im auto ins auto und konnte dadurch nicht mehr so schnell fahren ganz einfach genau deswegen werde ich euch beide setups auch zeigen dass ich das zuerst hatte was auch sehr gut war aber ich hatte das gefühl dass ich mit dem zweiten setup besseren grip habe genau das werde ich euch jetzt schnell zeigen hier sieht man die schön drehe das war der dreher zack nee das war war ich ja das genau und da habe ich mit dem flügel auch noch angefahren passt ja in die zähne und dann ist das da war das rennen vorbei ich hatte mich noch mal angekämpft aber dadurch dass ich denn auch noch ein seitenkasten schaden hatte war alles finito also kein vertrauen ins auto total unsicher gefahren naja schade schade hätte mehr drin sein können und hier der nächste dreher wie man sieht habe ich mich angekämpft gehabt und dann willst du wieder mehr und es geht nicht naja ihr kennt das alle ich zeige euch jetzt die setups gut dafür gehen wir mal schnell zurück ins menü eigentlich wollte ich gar nicht so viel quatschen dafür gehen wir mal schnell solo ins zeit fahren genau wenn wir trotzdem ferrari wieder und war ein war die erste strecke nächste nächsten montag ist spanien dran genau montag 20 uhr auf dem bunny auf dem channel könnt ihr gerne reinschauen so dann gehen wir mal schnell rein z abladen so das ist das erste was ich gemacht hatte so und euch mal gerne angucken das war noch ein 68 der flügel 65 war ein bisschen angelehnt an die gaming sein bisschen verändert genau ja bin ich eigentlich sieht komisch aus aber fahrt es mal testet mal und feedback könnte mir gerne geben würde ich mich freuen was sie dazu sagt genau das andere setup ist komplett anders aber auch gut genau und hier der reifendruck genau könnt ihr ja gerne mal testen und dann kommen wir zum zweiten lahn bereien das test war ich das ja noch getestet habe vorher und genau anzeigen genau genau fangen wir erst mal genau 16 der flügel vielleicht war auch der 10 der flügel hinten ein tick zu hoch könnte man neun er probieren dadurch das war ein hoher heckflügel heißt nicht immer dass der arsch ruhig ist kann auch das gegenteil bewirken ja vielleicht mal 69 er probieren also transmission differenzial anpassung mit gaspedal 90 ja leute ich habe auch wo mir das gesagt worden ist habe ich auch nicht schlecht geguckt probiert es aus leute also ich kann dass dieses setup kann ich empfehlen genau denn hier 25 25 37 könnt ihr auch eine 36 mal probieren bremsen 157 und hier reifendruck ganz links links und 32 22,3 ps und der andere natürlich auch gut das war es schon ja könnte mir gerne mal die meinung zum setup da unterschreiben oder mir eures mal zeigen was ich testen soll das nächste renne spanien da wird genau das gleiche wieder kommen nach dem rennen werde ich die auf alle fälle hochladen die setups es habe ich auch schon eine angeschrieben ob ich das schon nicht vorher machen kann nein weil nur so kann ich sicher sein dass ich die getestet habe und ich fahre sie ja im rennen und daher wenn ich jetzt bloß sagt man ich mache das mal schnell jetzt für alle strecken da sind das keine richtigen setups wo ich ein bisschen länger dran gebastelt habe sondern nur setups wo ich eine halbe stunde daran gearbeitet habe um die hochzuladen gut das war es haut rein leute lassen daumen da ein like oder weiß ich auch was wo ihr das guckt ja wir sehen uns auf der piste vielleicht oder im bunny stream bis dann rein